Wir sind in Level 5, Folge 29 und... Oh, ich hab dir irgendwas gegeben. Ja. Achso, gib mir mal. Summonie. Okay. The last fight. Warte. So. Rechts die Karte. So, jetzt. Gott. Also schlimmer als die zwei fetten kannst du nicht mehr werden. Warum war aber die Luft hier so? We can't explain it. Ah, okay. Oh, wir werden die quatschen sein, gelassen sein. Oh, ja. Quick time! Deine Pläne sind fertig, Wesker! Es gibt keinen Weg, diese Zeit! Nicht, du, zwei, ever tiren von der Mission zu verlieren. Du hast wirklich eine Inconvenience für mich geworden. Ich schläge mir die Zigarette weg. Ja, nee, ist klar. Ich schläge mich. Ich schläge mich. Mr. Smith. Ich schläge mich. Okay, schon ganz gut gemacht. Ich schläge mich. Ich schläge mich. Ich schläge mich auf. Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Mach es sich. Mach es. start letzter Buskampf Ruhr ab geht's ich bin und wir haben die hochkletzert das macht dann die mit dir Sie haben direkt abbann? Ich weiß gar nicht wo der ist. Oh! Hier hinter mir! Okay, der! Wuuups! Warum kann man den da hinlegen? Kann man den irgendwie nachhaben? Ist hier irgendwo ein Raketen? Kann man den da wieder reinlegen? Nein! Hier muss man noch Raketen herkriegen! Ich habe gerade einen Schalter gezogen! Ey, sind zwei Schalter! Ja, hier ist noch einer! Ich war auch dran gezogen! Ach, nicht! Geht aus! Sieht ja auch nicht mehr! Oh, oh! Ernsthaft! Wenn man das Ding nicht aus der Hand schießt... Der Hebel ist kaputt! Ah, scheiße! Wow! Huh, der ist auf einmal hochgejumpt hier! Ich guck mal was oben ist, vielleicht ist hier irgendwas! Hier! Hier ist doch was! Hier sind Raketen! Fuck, der ist bei mir! Der Raketen! Hast du den Raketen einfach? Ja, der liegt hier oben! Bei den Raketen! Das Problem ist, auch er ist hier! Hä? Jetzt kann ich den Raketen wieder von nicht mehr nehmen! Ich kann ihn weg! Der ist auf dich schiziert! Der ist auf dich schiziert! Ich kann ihn weg! Wahrscheinlich kannst du ihn erst abschießen, wenn die alle Lichter sind! Oh! Au! Kann ich ihn auch nicht nehmen! Au! Ich sterbe letztlich bei einem! Oh Gott! Okay, ach! Okay, du musst erst einen Raketenwehrfahrt nehmen und dann die Raketen! Okay! Ich kam nicht mehr raus! Der hat mich einfach die ganze Zeit gewöhnt! Also du musst den Raketenwehrfahrt nehmen und dann die Raketen! Und dann zieht ihr die wieder direkt rein oder was? Ja! Okay! Oh, nochmal verwalten hier! Dann kann ich ja nochmal... Ha! Ähm, ich schätze mal die Sniper bringt jetzt nicht mehr allzu viel! Aber ich lasse sie trotzdem mal drinnen! Hm, ja! 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 Sehr viel mehr habe ich nicht! So! Scheiße! Keine Pistole! Ich kann die auch nicht mehr upgraden! Nein, ich auch nicht mehr! Okay! Uah! Es geht schon los! Oh! Äh! Der Schalter ist immer noch kaputt hier! Ja! Einer ist kaputt! Ich schätze der darf uns nicht... Sehen! Und dann müssen wir ihn von hinten irgendwie mit dem Röcker verknallen! Sonst weiß der ja eh aus! Wie kriegen wir die Lichter aus? Hier sind auch noch Schalter! Oh man, der ist hinter mir her! Ich habe hier noch ein Licht ausgemacht! Ich bin jetzt oben bei den... Nimm eine schon mit runter, wenn du kannst! Hier unten ist alles dunkel! Ich habe eine Rakete dabei! So! Vorhin war irgendwie, dass er uns nicht gesehen hat! Der kommt zu dir hoch! Ja! Ich bin grad... Wollte noch grad gucken was hier noch zu ist! Wollte grad Roundhouse-Kick gemacht hier! So dass er nach vorne geht, weißt du? Das wir... Dann kann ich wahrscheinlich mit der Rakete... ... draufballern! Ich lass die Rakete mal fallen! You're merely postponing the inevitable! Okay! Wo ist er? Da! Warte! Ah! Hat er nicht gesehen! Was ist vorne? Soll ich jetzt draufballern? Jetzt geht's! Warte! Scheiße! Irgendwie ist er wieder weg! Fuck! Ich sehe aber die Rakete! Ich geh nochmal hoch! Ich hole noch ne Rakete! Ja! Ich bleib hier nicht mehr Scound! Ich versuch's ziemlich! Oh, ich weiß nicht, warum du die Stimme bekommst! Ich muss auf der eine Stimme anschießen! Sieh! Sieh! Ich musste es auch kaputt schießen! Oh! Fuck! Ich musste auch mit dem Raketenwerfer das eine Licht kaputt schießen! Ne! Ich hab ihn getroffen! Ach shit! Scheiße! Äh! Äh! Okay! Aber ich, ähm! Ich konnte, dass du ihn getroffen hast! Ja! Der hat sie festgehalten! Und dann hab ich ihn in seine Hand zerschossen! Dann ist er auf die Knie gegangen! Äh! Jetzt abknallen die Rakete! Ich? Ja! Los! Ja, warte! Ich geh grad! Okay, ich hab sie geschafft! Okay, ich hol die nächste! Jetzt kann ich schlagen! Jetzt musst du, oh Gott! Du musst die Konnexion geben! Ja gut, damit haben wir nicht gerechnet! Ja, ich auch nicht! Alles klar! Aber jetzt wissen wir was! Soll ich die Rakete holen? Ja, ob willst du holen! Ich hole! Okay, dann nehme ich die Raketen wieder mit! Wer ist bei mir auf jeden Fall! Also! Wir müssen... Oh! Wir müssen uns verstecken! Ihn mit der Rakete abkleinen! Die Raketen sind in der Hand zerschießen! Dann muss ich festhalten! Du musst ihm die Injektion geben! Ist das all you have? Lass mich klarifizieren! Scheinbar gibt's auch eine limitierte Anzahl von Raketen! Ernsthaft! Hab sie! Wo ist er jetzt? Da ist er! Warte! Nein! Das gibt's doch nicht! Ich hol die nächste! Ich laufe wieder mit ihm rum! Der schaltet nämlich nach der Zeit, in der er sich sieht, wieder die Lichter an! Ich weiss nicht wo er ist! Da ist er! Ja, die sind auch wieder alle an! Ja, die sind auch wieder alle an! Ich bin auch hier! Idiot! Der sieht mich nicht! Der geht jetzt in dem Licht! Oh! Nein! Der geht zu den Raketenriffen! Von Schneide geworfen! Oh! Hier! Warte! Ich glaub ich mach erst die Lichter aus, oder? Die sind doch alle aus! Echt! Ist alles okay! Was dumm ist! Er hat uns hier gesehen! Oh! Warte! Warte! Doch er hat uns gesehen! Pass auf Victor! Ja, ich wollte ihn abdenken! Ne, das bringt nix hin! Der muss so... Der darf uns nicht mehr sehen! Sobald er aus dem Sicht fällt, sucht er sich Lichter, die er anmachen kann! Ich wüsste wo er ist! Da ist er! Er kommt jetzt auf der linken Seite! Pass auf! Mach dich bereit! Da ist er! Und... Jetzt die Rakete abknallen! Jetzt schnell hin! Ich halt ihn fest! Okay! Und jetzt du die Injektion geben! Shit! Oh mein Gott! Das hat funktioniert! Oh oh! Das hat irgendwie nur wütend gemacht! Ja! Oh oh! Das hat irgendwie nur wütend gemacht! Fögt er ein! Pass auf! Ich weiß nicht was passiert! Was liegt denn mit der Ladekraft auf? Los drauf! Fögt er ein! Pass auf! Ich weiß nicht was passiert! Come on, grab on! Ich schätze der Boss kommt noch ein paar Phasen. Ich glaube auch. Ich habe Ouroboros. In fünf Minuten werden wir auf die optimalen Apte. Ich habe Ouroboros. In fünf Minuten werden wir auf die optimalen Apte. Ich habe F gedrückt. Ich habe F gedrückt. Mann, oh. Ich habe F gedrückt. Ouroboros wird in die Atmosphäre veröffentlicht. Hast du Quick Time, habe ich das schon mal gesagt. Was? Jetzt war es Q. Jetzt war es V. Ach komm. Ich habe aber auch Q ge... Heißt das wenn du auch verkackst? Ja wahrscheinlich. Ich sterb mich auch. Ich habe AD gedrückt, weil es vorher AD war. Echt? Bei mir war es nur eine Taste. Oh je. Leute das wird noch ein bisschen dauern. Wir sind nicht optimiert für Quick Time. Überhaupt nicht Tasse Quick Time. Ich auch. Ach komm. Wieso sterb mich immer wenn du daneben drin bist? Ey weil es auch jedes mal eine verfickte andere Taste ist. Sind es bei dir immer zwei Tasten? Es sind jetzt schon vier. Bei mir ist es immer nur F oder Q. F oder Q. Also wenn... Oder ich habe jetzt AD und ein paar KG selber. Du kannst jetzt einfach alle vier Tasten. Der ist wahrscheinlich Q. Oh Gott sei Dank. Wann kommt das nächste? Das ist die Frage. Jetzt klicken wir uns zum Gas. Wenn du. Drei. Zwei. Ich weiß nicht, der ist. Ok. Oh, das ist cool Oh, eh, oh Pfff, ich muss die F drücken, also Das ist mir nicht vorbei mit Krieg-Time Noch ne Dosis Oh Gott, das geht nicht Man, Bresca ist echt ne ganz schöne Ekelmaschine Ekelmaschine Ich kann mich kaum auf die Zwischensequenz Spazieren, weil ich die ganze Zeit auf die scheiß Fassen konzentriere Bist du so angespannt? Ja Jetzt opfert sie sich Chris ist so'n Guerilla, ey Guck dich so blöd Oder? Doch, sie opfert sich Nein, sie opfert sich nicht Wages dich Oh Gott Was denn? Ich musste grad nur ne Tasten kommen, die drücken Oh, sie sind tot Oh nein Ich hab aber AD gedrückt Sag mir nicht, wir sind alles noch vorne Ja Leute, das tut mir leid Ich hab 100 pro AD gedrückt Bistest du auch was drücken? Das ist doch nicht normal Das ist doch nicht normal Kann man sich auch überspringen bis zu den Punkt wo man wieder drücken muss? Oh Oh fuck Oh fuck Uh, okay Okay, überspringen Jo Jetzt hab ich gedrückt Nein Oh man, ey Diese verschissenen Quicktime-Events, ey Das ist echt scheiße Ja, die sind echt kacke Okay, wegdrücken Also, es werden doch 35 Folgen Ja, weil's echt scheiße ist Ja, das ist wirklich packe Das ist der Der monumentale Quicktime-Event-Boss Okay, wegdrücken Geht nicht? Doch, also ich muss Achso So, jetzt muss ich glaube ich wieder Ja, hab's Okay, jetzt kommst du dran Okay, und jetzt müsstest du auch nochmal kommen, glaube ich Ja Okay Aber springen? Okay, jetzt kommt deine Szene Komm schon Ich hab alle Finger auf den scheiß Buttons Ich hab AD gedrückt Ich hab AD gedrückt Ja, nee, wir fliegen im Vulkan Tschüss, Mann Ich will meine Finger schwitzen Ja So Oh, ich dachte schon, das hättest du auch drücken müssen Möi Oh, ich glaub wir haben's Die haben's gescheiße Boah Du kannst dich nicht auf die Zwischensequenz konzentrieren Ja Du kannst dich nicht auf die Zwischensequenz konzentrieren Okay Ich glaub das ist die letzte Folge, ne? Ja Und das machen wir das nächste Mal Bis zum nächsten Mal, ciao Ciao, ciao